Hi, ich bin der Sascha, ne? Also, ja, was erzähl ich mal von mir? Also, was soll ich sagen? Ich bin halt ein cooler Typ, weißt du? So ein einfacher Typ, der auf jeden Fall sportlich ist, immer schön pumpen, klar, ist logisch. Proteindrinks und so, ne? Also, gesund, alles gesund, nur gesund. Was Besseres kommt mir gar nichts ins Haus, als diese geilen Proteindrinks, auf jeden Fall. Das sag ich dir. Ah ja, ich hab nicht nur eine Muckis, ne? Sondern auch im Kopf. Ja, das ist ja immer, das ist ja quasi allererste Sahne, wenn man das hat, ne? Viele pumpen, pumpen, aber nichts im Kappes. Aber ich, ich sag es dir. Von wegen studieren, ne, ne, ne. Schön, schön, ruhe, sachte, ne? Ausbildung gemacht hier und immer alles eiskalt durchgezogen und so, ne? Das sind die wahren Schlauen jetzt, mal ehrlich. Hab ich den übelst abgezogen. Sport, kannte er nicht, ne? Was der FC macht, hat er keine Ahnung von. Was, 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 was macht er eigentlich in seinem Leben, da? Film oder so, am besten noch. Sport ist bei mir sehr wichtig, deswegen bin ich auch richtig Stähler, nicht nur meine Muckis, ne? Auch, äh, zwischen den Beinen, sag ich mal, ne? Hab ich auch hier, nicht nur einen kleinen Pillemann, ne? Ja, richtig, naja, muss ich haben sehen. Geil, geil, geil. Geist euch.